Ein Herbsttag auf den Feldern bei Wittstock. Auch 2010 wurde das Schlachtfeld großflächig prospektiert und die erfolgreiche Zusammenarbeit mit freiwilligen Helfern aus Niedersachsen und Brandenburg fortgeführt. Zahlreiche Funde erbrachten neue Erkenntnisse zum Schlachtverlauf. 375 Jahre liegen diese Ereignisse zurück. Im Rahmen eines Gedenkjahres ruft das Archäologische Landesmuseum mit seinen Partnern das Geschehen in Erinnerung. 1. 1. 1. 1. 2.